Ich zeige euch mal einen YouTuber, bevor es mir dann klar ist, dass ich euch angefangen habe für eine Verteidigung. Ich habe mein letztes geplantes Punkt nicht so gut. Es ist Juni. Also erstmal zeige ich euch den E-Verteidigung. Da ist der YouTuber von meinem Klang, der heißt Lexotv-Flog. In dem Fall verlinke ich euch dann nochmal. Also der macht wie gesagt Vlogs. Wo der Stunts macht und so mit seinen Freunden und Stuntsbrüdern halt. Ich glaube sogar nicht, dass der allein ist, weil es sind ganz viele Leute zu sehen. Und ja, ich wollte euch noch was sagen, zu welchen Lichtern. Ich habe den mal gefragt, ob er mit Tipps gehen kann, ob ich meine Videos angucken kann. Und ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Und deswegen, ja. Wie ihr seht, die Verteidigung ist okay. Also den Open Tower hätte ich hier so hingesetzt, das Modell war schon Menschen mit Bein, in der ich rein konnte. Und dann hätte ich euch noch vier mit dem Zaubermuck genommen. Ihr seht, dass die ein bisschen gewascht. Und ja, wenn ihr meine Musik blöd findet, schaut sie in den Kommentaren, was ich eigentlich in der Klangbrücke sehe. Ich würde es besser sagen. Okay. Ja. Wir gucken mal im Klangkrieg vorbei. Ich bin ja eigentlich davor auch schon mal, wo ich das Video gemacht habe. Okay, jetzt erstmal nix. 156, 132. Also von Leveln her sind die besser. Aber von Rathos her sind wir besser. Ja. Das war es erstmal. Ich schneide auch das Video, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn ich angreife. Und es droht... Bis zum nächsten Mal.